so hohe mein gott schrecklich da ist es besser alle probleme war gerade herzen ich hab was falsch gemacht willkommen zurück bei command and conquer generäle oder generals du kannst auch mal mit ruhstoffe sammeln und du guckst mal hier was haben wir damit wir haben sogar den schwarzmarkt super dann brauchen wir bloß den palast mal kurz bauen ich tue was ich tue hier haben wir jetzt punkte zu verteilen ok das baum baum mal die marodeur ich würde fast sagen machen kopfgeld wieder hinterhalt ist ganz nice und den scott da war noch den scorpion da würde ich sagen wir haben das scorpion upgrade den marodeur noch nicht da drüben haben wir auch noch paar würde ich was sagen du baust noch ein geheimlager hier hin so so verlast werden wir schon noch forschen so ok so hier sind ja die einzelnen sachen die war ober müssen ok vier links geschützt brauchen natürlich relativ lange hier aber gut da können wir palast bauen so gut dann brauchst du hier erstmal unten palast hin ich tue was ich tun muss und dann warten wir mal ganz kurz ab ich werde arbeiten ich werde arbeiten äh palast ein schwarzmarkt komm schon ich werde arbeiten ja kommt schneller was das kann ich reparieren tsch gehört mir doch gar nicht das würde ich auch gar nicht dass es mir gehört ok und aufbauen hier so dann haben wir hier droht cyborg truppe waffenen säuregranaten ja das ist ganz nice mehr schaden für säureeinheiten bekommst du das auch ne waren wir denn eigentlich hier für infiterien haben wir noch nichts oder was aufbauen ich bin noch mal ein bisschen schauen ob wir ein bisschen was bekommen ist gut sehr wohl sehr wohl sehr wohl okay aber ein bisschen durchfahren sehr wohl das ist gut sehr wohl sehr wohl damit entschlossen die bauen immer noch sehr wohl du schnellstab ja immer nicht sehr wohl du schnellstab ist gut zum Beispiel das ist du das ist So, dann ist es auch gegen Menschen besser bewaffnet mit dem Säurepanzer. Okay, Geld haben wir bekommen auch. So, dann Cyberkaserne. Und wir machen hier, Fahrzeuge werden automatisch repariert. So, und hier mehr Schaden. Und jetzt bekommen wir sie. Ich glaube, da muss ich bei der Cyberkaserne bauen. Wo ich mir natürlich Spaß machen kann. Vielleicht kann das auch schon Upgrades machen. Oder vielleicht macht er auch Schaden für die Scorpions. So, nice, sehr schön. Ja, und mit dem können wir jetzt auf jeden Fall... Ja, ich dachte, ich weiß nicht. Die Raketen, das ist 25% mehr Schaden bei Raketen. Komm, machen wir Raketen Buggy Upgrade. Und, ähm, da kommen schon mal Kollegen rüber. Freien Sieg. Und hier sieht man außerhalb des Kampfes, wenn sie jetzt, wer verliert immer. Oder ja, doch, auch innerhalb des Kampfes, aber... So, damit wir getarnte Einheiten schneller sehen. Zack, hier rüber. Hm. Kann doch nicht dieses Aufdecken machen. Schade eigentlich. Ähm, Pumano-Zentrale nicht. Ballast haben wir jetzt zum Schwarzmarkt auch. So, kommt man mit. So. Skorpion-Panzer. Wir wollen die Schwelligkeit. Ja, ich verstehe. Unglaubige. Oh, Beta machten wir auch... Ich kriege auch Schaden durch Beta. So. Ein klein bisschen warten. Durch die hier zusammenkriegen sie, glaube ich, wieder Raketen wieder. Oh Gott. Viel lang, viel lang, viel lang. Eieiei. Wir haben einen Tüter verloren. Oh fuck. Wo bleiben die denn? Was ist das denn? So. Gleich mal wieder neu produzieren, die Einheiten. Hier geht er gar nicht. Ähm. Wir haben einen Tiger-Flo. Feeling. Wir haben ein paar Skorpion-Panzer. So. Wir haben ein paar Skorpion-Panzer. Wir haben ein paar Skorpion-Panzer. So. Okay. Von hier aus kommen jetzt Opa. Kein Problem. ok ja ich glaube wir kommen keine weiteren punkte mehr schade noch ein paar mal und wir machen können ja die brauchen ein bisschen machen ein bisschen und ich habe die war platt hier so ist gut oder wenn wir noch einen zweiten davon bauen sehr schön zudem brauchen wir mal einen scud werfer das hat spaß gemacht so ähm haben wir pff wo ist er denn wenn ich zwei säure patzer wir haben eine feindliche partikel kann die 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 So, und die Skatwerfer bleib mal hier. So, ist mal hierhin. Ja, langsam. Okay, dann los. So, du schießt mal hierhin. Sehr gut. So, gleich mal Gruppierungen machen. Wow, da kommt schon wieder Freunde. Wow. Wow, wow. So. Tomohawk kommen wir hier auch. Okay, los, komm Leute. Boah, ist so mit Heufel. So. So, wir haben einen Krieger verloren. Mein, 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 mein. Vermut ist grenzenlos. Die drei Kürtchen mit ihnen auf. Okay, du bist weiter runter. Wir schlagen sie in die Flucht. So war. Ja, ich verstehe. Oh, das sind einige. So. Und wichtig ist, einmal, wenn wir hier noch oben versetzen, falls wir die Basis neu aufbauen müssen. Und Skatwerfer, das ist so. Okay. Panzerbrechende Munition. Oh, Gott. So geil. So geil. Okay. Okay. Bei die Kürtchen ist gleich aufgeladen. Mal schauen, wo es hingeht. Okay. Wie. Ungünstig. ja klar verfolgen wir haben einen krieger verloren der feuer mit seiner so machen wir es jetzt da brauchen wir es Okay So, wow, wow Äh, mir fehlt ein Fahrzeug, ein ganz entscheidendes Fahrzeug Da sehe ich keine Kontrolle Darüber Äh, ja, sonst gehen wir kurz hier mal hoch Hey So, und das wollte ich eh jetzt machen Wir haben einen Krieger verloren Unser Wille ist stark Okay, jetzt gehen wir kurz runter Los, 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 los So, meine Freunde, wo geht's jetzt weiter? So, hier, zum Beispiel Ich tue mein Bestes Wir müssen hier aufpassen, dass wir das Gebäude nicht zerstören Es gibt schon langsam Gas raus Ei, ei, ei Wir schlagen sie mit ihren eigenen Waffen Ich bin mal gespannt Hier, da kommen jetzt auch schon wieder, wer ist hier drin? Ei, ei, ei So, wir haben einen Krieger verloren Ja, ich weiß Hier unten Ich weiß nicht, wo ich hier bin Das ist, da können sie öfters hin Das müssen wir auch immer kurz hierhin Ein Angaf So Wir haben einen Krieger verloren Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein die haben wir gar nicht so wie wir uns gerade behandeln super ja ich würde fast sagen wir bauen noch ein zweites fahrzeug depot die amerikaner haben sich in diesen ruinen verschanzt räuchern sie sie mit toxin so hoch mit ihr scharf jetzt sind klar so und du kommst mal hier hin der feind feuert mit seiner partikel kann ja 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 war auch eine super idee dass ich beide sachen gleichzeitig ineinander baue mein gott was wollen sie von mir geh hier schon ähm wird sie auch angreifen die lassen sich recyceln ich werde gehorchen und deine Basis wird eingegriffen so jetzt machen wir hier mal eine kleine auch eine kleine Basisbord ja klar was wollen sie von mir so hier hin wir haben einen trüger verloren ach man so 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 wahlen ja ich könnte reden und bauen wo ist der andere hin die reparatur soll doch gar nicht aber ihr könnt ihr das hier einnehmen okay soweit alles klar deswegen mag ich die feelings geschütze das gebäude ist fertig so hier noch hin da oben hin so die verdienen ok du übernimmst mal die beiden sachen hier so genau ich brauche noch dieses fahrzeug jetzt wieder dann schnell rum so so die sind ja eigentlich harmlos aber machen wir trotzdem platt so super gut wir haben einen Fieger verloren und seine Basis wird eingegriffen soll der nicht eigentlich hier hinschießen mal bin mir geschreit wir haben einen Fieger verloren wohohoho 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 wohohohoho wohohohoho wohohohohoho so ich tue ein der Schlüssel ok ok hier seid nur Trupp 2 war doch so ja hier oben können wir lang Trupp 2 ich tue mein bestes wir haben einen ich hatte 100 aber leute wir sehen uns beim nächsten mal wieder